Herzlich Willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast, der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt, aber auch darüber hinaus geht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Stilgenuss-Hörer und herzlich Willkommen zu einem neuen Interview und einem neuen Interview-Gast. Nach über 20 Jahren im Investmentbanking suchte sich Norbert Ambrose eine neue kreative Herausforderung zum Bankalltag und er startete seinen eigenen Blog namens Bruce World. Seine Vision war es, eine Plattform für seinen Lifestyle zu schaffen und diesen auch in die Welt rauszutragen. Er lebt zwar diesen Lifestyle, den andere propagieren und zeigt ihn auch, aber allzu ernst nimmt er sich trotzdem dabei selbst nicht, was wahrscheinlich an seiner angeborenen Gelassenheit und auch Lässigkeit liegt. Was ihn jetzt für Stilgenuss so passend macht, abgesehen von seinem Blog, ganz einfach, sein Stil und guter Geschmack. Und der nicht nur, wenn es um Kleidung geht. Hallo, Bru. Hallo, servus. Grüß dich, Shiri. Hallo. Und auch an dich herzlich willkommen zum Stilgenuss-Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bru, wir starten am Anfang immer mit so einer kleinen Smalltalk-Runde, damit sich der Hörer, sag ich mal, noch so ein besseres Bild von dir machen kann. Ja. Du darfst einfach mit einem Wort oder einem Satz antworten. Okay, super. Lass uns loslegen. Perfekt. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du? Ich glaube, ein alter 911er Porsche. So schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch ein paar PS drauf. Wein oder Biertrinker? Als Bayer natürlich schon Biertrinker, aber ich kann einen guten Tropfen Wein schon sehr schätzen. Gefühls- oder Kopfmensch? Gefühls-Mensch. Doch, Gefühls-Mensch. Aber ich schalte schon meinen Kopf ein. Habe ich gelernt im Investmentbanking? Oder geht es ohne Kopf und nur mit Gefühl nicht? Da muss man schon mal den Kopf einschalten. Das ist, glaube ich, zu empfehlen, ja. Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast? Tatsächlich weiß ich das gar nicht, weil ich bin in der glücklichen Lage, als Blogger relativ viel geschenkt zu bekommen. Das heißt, ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Kleidungsstück selbst gekauft habe. Dann frage ich anders. Was hast du denn als letztes so geschenkt bekommen? Drei Kaschmir-Anzüge. Oha, okay. Sehr gut. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen? Mit Humor auf jeden Fall. Also ich schätze sehr, wenn Menschen humorvoll sind, wenn sie auch über sich selber lachen können und authentisch sind. Authentizität ist mir schon sehr wichtig. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir? Eine Armbanduhr. Die habe ich zwar mehrere Modelle, Gott sei Dank, aber die Armbanduhr ist eigentlich, ich habe sie immer dran, auch immer Sportmodelle, weil man geht ins Wasser und so. Okay, okay. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch? Ja, das ist eine super schwierige Frage. Es geht immer noch ein Stückchen weiter, glaube ich, wäre so ein Thema, das auch so mein Leben widerspiegelt und hinter jeder Kurve steckende Überraschung wäre auch ein guter Titel. Das ist auch ein schöner Titel, ja. Wer ist denn für dich so die Stilikone schlechthin? Ja, also ich bin ein großer, großer Fan von Paul Newman und ich finde, ich mag seinen Kleidungsstil, weil er so lässig und maskulin lässig ist und ich mag natürlich auch seinen Geschmack bei Autos und Motorrädern. Die sind einfach mega und leider kann ich mir seine Autos nie leisten, aber toll so ein Vorbild zu haben. Ja. Bevor wir jetzt so in den Hauptteil, sage ich mal, reinkommen und du auch noch mehr erzählen darfst, mich würde mal eine Sache interessieren. Wie bist du denn zu dem Spitznamen Bru gekommen? Ja, das ist, glaube ich, eine längere Geschichte. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Also mein Bruder kam aus Amerika zurück und das war irgendwann in den 80ern, 90ern und kam da, hey Bro und aus dem Bro wurde Bru und irgendwie blieb das dann und seitdem habe ich den und das ist, manche Leute sagen Bruce, weil der Blog ja Bruce mit Apostrophe ist. Jetzt denken alle, dass das amerikanische Bruce, das ist nicht mein Name, Bruce ist mein Spitzname und manche wissen es, manche nicht. Ich habe mich auch an Bruce gewöhnt. Okay, Bruce, was würdest du sagen, wie definierst du Stil? Ich finde, Stil hat man oder man hat ihn nicht. Sehr schwer zu erlernen, manchen ist es in die Wiege gelegt, manche haben es vielleicht über die Jahre vervollkommnet. Stil ist was, wo einfach alles passt, wo die Kleidung zum Typ, der Typ zum Leben, zum Lifestyle, den er führt, passt. Es ist eine tolle Geschichte, aber viele haben es ehrlich gesagt nicht. Das ist das Traurige dran. Und wie würdest du so deinen eigenen Stil in, sagen wir mal, drei Worten beschreiben? Ja, ich bin so eher, weil ich ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen bin, bin eher so der klassische Typ, aber immer noch sportlich, klassisch, vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern noch. Und ich versuche halt, einfach ich zu sein, authentisch zu sein. Und das sollte meinen Stil ausmachen. Jetzt dein Blog, Bruce World. Wie kam es dazu, dass du den für dich so gegründet hast, sage ich mal? Jetzt abgesehen von der vielleicht Langeweile, würde ich es nicht sagen, aber eben, dass du einfach noch so ein bisschen was anderes, frisches haben wolltest in deinem Leben. Ja, langweilig ist ja so ein Investmentjob dann doch nicht, eher anstrengend. Es war so, meine Frau wollte eigentlich einen Blog machen. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es da schon ganz schön viele gibt. Und so im Recherchieren hat man gedacht, Mensch, schau mal, wir sind ja interessant für die Frauen, was gibt es denn so auf der Männerseite? Und es gab quasi nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch vielleicht einen Männerblog machen. Und nachdem sie mich gezwungen hat, dazu zu schreiben, haben wir es dann auch schlussendlich gemacht und sind eigentlich ganz froh, weil es meiner Ansicht nach immer noch eine Marktlücke ist, zu dem es auch ganz, ganz wenige Männermagazine, deutschsprachige gibt. Also es ist wirklich sehr überschaubar im Gegensatz zu anderen Ländern. Und ich glaube, die Zukunft liegt sowieso im elektronischen Medium. Und daher sind wir ganz froh und es läuft auch ganz gut. Wann habt ihr denn gestartet? Vor acht Jahren. Vor acht Jahren, okay. Ja gut, ich meine, seitdem ist schon ein bisschen was Neues dazugekommen, aber es stimmt schon. Ja, es ist ja etwas Neues dazukommen. Die Kunden oder wie soll ich sagen, die Firmen haben auch den Mehrwert, den Werbewert eines elektronischen Mediums erkannt. Ich meine, man braucht ja nur die Preisexplosion auf Instagram anschauen, das ist ja alles irre. Und ich denke, so ein Webazine oder ein Blogazine, wie immer man das nennt, glaube ich, ist schon die Zukunft. Die Leute haben es noch nicht so drauf. Gerade so meine Zielgruppe ab 40 ist eher noch so der klassische Zeitschriftenleser. Aber ich denke, das wird mehr und mehr werden. Jetzt hast du etwas ganz Spannendes angesprochen. Du hast gesagt, deine Zielgruppe so ab 40. Du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Ja, leider. Leider. Aber du siehst, also ich habe ja dein Geburtsjahr gesehen und dachte mir, okay, so alt hätte ich dich jetzt gar nicht geschätzt tatsächlich. Ja, das ist viel Pflege. Das ist viel Pflege? Mit den tollen Produkten, die ich bekomme. Aber würdest du auch sagen, dass das es gerade ist, was so für dich so dein Alleinstellungsmerkmal ist, wovon du dich auch von den anderen Blogs etwas abhebst, dass du eben nicht mehr so der junge Hüpfer bist? Ja, gut, es gibt ja nicht so viele Blogs auch. Gerade so ein Männer-Lifestyle-Blog sollte umfassend sein. Und ich glaube, ich kann schon aus meiner Lebenserfahrung da auch viel einschätzen, was jetzt okay ist oder nicht so okay ist. Und die jungen Blogger oder meistens sind es ja nur Instagramer, die machen halt ein bisschen Bildchen und das war es. Ich gehöre zu einer Generation, die noch gerne liest oder zumindest ein paar Details wissen will über irgendwas, über ein Produkt. Und ich denke, da gibt es viele draußen. Dieser Mehrwertgehalt. Genau. Und ich denke, dass es schon eine Zukunft gibt für sowas, für so ein Produkt. Ja. Was würdest du sagen, wie verändert sich denn so die Einstellung zu Statusobjekten, zu Lifestyle, wenn man älter wird? Ja, man rennt sicher nicht mehr jedem Trend hinterher. Das sicher, man legt mehr Wert auf Qualität. Aber ich glaube, dass das auch bei Jungen mehr und mehr kommt, dass die halt einfach lieber weniger dafür mehr Qualität konsumieren wollen. Und das finde ich eigentlich super schön, weil es auch so einen Nachhaltigkeitsaspekt hat. Und ich denke, das wird auch in Zukunft so weitergehen. Man sieht es, die Billigmarken, in Anführungszeichen, die, glaube ich, gehen irgendwann mal nach unten. Das sieht man bei H&M, sieht man auch bei anderen Firmen. Und die ganz Jungen, ehrlich gesagt, das wird nie meine Zielgruppe mehr werden. Das ist eher von meinem Sohn. Ja, ich glaube auch, dass die Schere einfach viel, viel weiter aufgehen wird zu eben die wirklich qualitativ hochwertigen Produkte und dann eben die günstig produzierten Produkte. Ja, weil auch die Schere in der Gesellschaft aufgehen wird. Und es gibt Leute oder es gibt mehr Leute jetzt, die sehr viel Geld haben und es gibt, die Mittelschicht bricht irgendwie weg, hat man das Gefühl. Und daher werden diese hochqualitativen, hochpreisigen Produkte der Luxusbereich, wenn man so will, das Luxussegment mehr und mehr nachgefragt. Als alter Investmentbanker sieht man das ja auch an den Aktienentwicklungen von Louis Vuitton, Moet, Hennessy oder Kering oder whatever. Ich glaube, das ist schon so ein Trend. Die Reichen, in Anführungszeichen, kaufen sehr hochpreisig, um sich abzuheben und Leute, die nicht so viel Geld haben, versuchen, durch solche Produkte mitzuhalten oder mithalten zu können. Und daher glaube ich, die Entwicklung geht mehr in den Luxussektor. Ja gut, das ist ja auch, warum Zara, sage ich mal, so boomt, weil die ja die ganzen teuren Marken einfach fast eins zu eins kopiert und dann für günstig Geld in die Läden bringt. Das muss man auch dazu sagen. Ja, ich hatte sehr spannend, ich habe letztens einen kurzen Auszug von der Bachelorarbeit von einem meiner Studenten gelesen und da ging es um Silent-Luxus-Produkte, also die oder Marken, die Marken, die nicht so nach außen hin, wie soll man sagen, protzen oder Aufsehen erregen möchten, aber halt im Inneren einfach sehr, sehr eben hochwertig sind und sehr stark auf qualitative Erzeugung und so weiter Wert legen und dadurch so ihren Luxus begründen. Ja. Wo man weiß, ah, also nur die Kenner sehen das dann, ah, okay, das ist diese Marke und so weiter. Ja, das ist aber, für mich ist das ein Trick, dass halt diese Marken oder diese Käufer dieser Marken sagen, okay, den Leuten, wo ich zeigen will, dass ich die Kohle habe, mir das leisten zu können, die wissen auch, was ich da kaufe. Ja, und wenn ich ein Hermès-Lederhemd anfasse, weiß ich, dass das nicht von H&M ist oder es gibt so ein paar diese kleinen Details, die man halt weiß oder die Leute, die so Luxus-Produkte kaufen, eben kennen und denen will man es ja zeigen. Ja, eigentlich nur denen, ja. Ich glaube, dieses Hallo Leute, ich trage Gucci-Anzug, das ist dann eher den Rappern vorbehalten. Was ist denn für dich Lifestyle? Ja, Lifestyle hat, wie der Name schon sagt, mit Leben und Stil zu tun und wenn man seinen Stil in seinem Leben sozusagen leben kann, ist das für mich der Lifestyle. Und ich glaube, ich habe einen ganz guten Lifestyle. Ich war schon immer eher so Richtung Luxus-Segment unterwegs und ich schätze sehr gute Autos, ich schätze sehr einen schönen Urlaub. Ich denke, es gibt überall Änderungen. Ich habe mich noch nicht so ganz angefreundet mit dieser E-Mobilität. Das ist nicht so meins. Es wird kommen, beispielsweise im Automobilbereich, aber da halte ich lieber noch an dem Verbrennern fest oder Oldtimern, so wie ich einer bin. Du fährst doch auch einen Porsche, gell? Ich fahre so einen alten Porsche. Wenn man jetzt das aufgreift, wenn du mit dem Auto, wir können ja gerne irgendwann mal eine Runde fahren, sehr gerne, ja. Du merkst, dass dir Sympathie entgegenschlägt. Das heißt, es ist nicht als irgendwie so Verbrenner-Stinkekiste gesehen, sondern als ein schönes Produkt, das einem das Herz aufgehen lässt. Und das ist auch eine Art Lifestyle, sowas zu fahren. Weil wenn das alles wegkommt, dann sitzen wir alle in irgendwelchen gleichförmigen Schachteln, die alle super ökologisch wertvoll sind, aber super langweilig sind. Und das so will keiner leben. Ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Individualität wird weiterhin groß und wichtig sein. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das sogar noch wichtiger werden wird, als es jetzt schon gerade ist. Ja, absolut. Ich glaube, auch da gibt es wieder diese Schere. Es wird so diese Schere von Individualität und Konformität, Uniform geben. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wenn es nicht so teuer wäre, würden alle einen Jachturlaub machen. Ja, vielleicht. Der eine oder andere bestimmt. Beispielsweise, ja. Aber da unterscheidet sich halt wiederum diese, oder da wirkt halt wieder diese gesellschaftliche Schere sich aus. Und wenn man so auf Instagram schaut, sieht da alles easy, leicht, in bunten Farben aus. Aber ich denke nicht, dass das so die Zukunft sein wird. Ich glaube eher, es wird sehr stärker noch auseinander gehen. Ja, gut. Man muss mal sowieso sagen, Instagram ist ja ein bisschen auch eine Fake-Welt. Ja, es ist eine Werbewelt, ja. Oder eine Werbewelt, ja. Wird halt anders verkauft. Ja, ja. Was ist dir denn bei deinem Blog besonders wichtig? Besonders wichtig ist mir, dass es authentisch ist. Es ist im Endeffekt, jedes Produkt, was da so drauf ist, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, ist im Endeffekt genau das, was ich mag. Und dadurch tue ich mich relativ leicht bei den Themen, weil ich schaue einfach so rum und denke mir, was mag ich denn so? Und das nehme ich dann und recherchiere oder schreibe die Firmen an. Und im Optimalfall kann ich dann selber testen oder whatever. Aber eigentlich will ich meine Leser unterhalten, interessieren für irgendwas. Jetzt nicht politisch oder besserwisserisch, sondern einfach vielleicht unterhält sie das und lenkt sie ein bisschen ab vom Alltag. Wie suchst du dir deine Themen so raus? Ich meine, du hast es ja schon ein bisschen verraten. Du recherchierst und schaust, was zu dir passt. Ja, ich werde natürlich auch angeschrieben. Und es gibt auch die eine oder andere Einladung. Und aus dem Ganzen ergibt sich das eine oder andere Thema fast automatisch. Zum anderen ist eines der wunderbaren Dinge eines Blogs, dass man unglaublich viele Leute kennenlernt. Für mich, da ich mir keine Namen merken kann, nicht so ganz einfach. Aber man lernt aus den unterschiedlichsten, wie soll ich sagen, Berufen Leute kennen. Und das finde ich super interessant. Und ob das jetzt der Hotelier ist oder der Yoga-Lehrer oder der Autodesigner, das ist schon ganz komplett andere Welten, die sich da auftun. Und das finde ich schon super interessant. Ja, man kann da überall mal so reingucken. Genau. Das ist dasselbe hier mit dem Podcast. Eben, wie jetzt bei dir. Ich meine, wir sitzen jetzt hier bei dir zu Hause. Ich bekomme gerade natürlich ein tolles Einblick auch so, okay, wie du lebst, wie du privat bist und so weiter, was man ja sonst vielleicht nicht unbedingt bekommt. Und ja, genau, also deswegen kann ich gut nachvollziehen. Ja, nein, das ist wirklich toll. Und so ergeben sich auch die Themen oder der sagt, komm mal vorbei, schau dir mal das an oder meins an oder was auch immer. Ja. Jetzt heißt ja dein Magazin Bruce World und dann, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, Blog, nein, wie war das? For Modern Gens. Magazin for Modern Gens. Magazin for Modern Gens. Oder Firmen, ja. Genau. Was ist denn für dich ein moderner Gentleman? Ja, gibt es den noch? Oder vor allem, gibt es ihn noch? Es gibt, also was für mich ein Gentleman ausmacht, ist erstens gutes Benehmen und auch zum Teil die Etikette zu kennen, zumindest zum Teil. Und ich sehe, dass das sehr stark abnimmt, gerade in der Jugend, was mich ein bisschen, ja, nicht ärgert, aber was ich schade finde, weil gute Umgangsformen, es gibt so wenige, was, so weniges, was, auch wenn man irgendwo im Ausland, international unterwegs ist, was immer gut ankommt, sind Sprachen und Umgangsformen. Und leider wird es in unserer Gesellschaft gerade nicht so gelebt. Auch wenn man irgendwo in ein Restaurant geht, es geht selten, der Mann vor und hält die Tür auf oder hilft der Frau in dem Mantel, das gibt es nicht mehr. Wird dann auf die Selbstständigkeit der Frau geschoben, was ich sehr albern finde, aber das ist schade. Und ich finde, das macht ein Gentleman aus. Gute Manieren, auch essen zu können, mit Messer und Gabel essen zu können. Und nicht so in sich hineinschaufeln. Ja, genau. Weißt du, wenn du irgendwo in so einem Drei-Sterne-Laden bist und ich sehe, wie die Leute essen, wo ich mir denke, Mann, die haben da Stunden verbracht, das so hinzukriegen und du haust das weg wie ein Burger. Ja. Also das ist das eine. Dann Gentleman, finde ich, läuft nicht jedem Trend hinterher und hat seinen eigenen Stil. Das ist schon wichtig. Wenn man jetzt bei dir auch auf Instagram folgt, beziehungsweise eher auch auf deinem Blog, du bist ja da relativ breit gefächert. Also du hast jetzt nicht nur Kleidung, Kosmetik für den Mann, sondern du gehst ja auch so in Food und Drinks rein, Restaurants und so. Das heißt, deswegen hatte ich es auch schon in der Einleitung gesagt, dein guter Geschmack, Genuss. Genuss ist ja für dich auch sehr wichtig. Was ist für dich Genuss? Naja, das kommt natürlich auf. Genuss kann ja sehr vielfältig sein. Das ist, wenn ich eine Skitour gehe und stehe am Gipfel und die Sonne geht unter oder auf oder wenn man mit dem Boot übers Meer fährt und das glitzert und spiegelt, das Wasser, die Gischt, Saus, das ist auch ein Genuss für mich. Wenn du jetzt, weil du Kulinarik angesprochen hast, da ist für mich Genuss, wenn ich was esse, wo ich sage, yes, das ist schwer zu beschreiben, weil das ist so ein Moment, wo ich sage, ja, das habe ich ja noch nie gegessen oder ich habe es noch nie so gegessen oder gibt es das noch besser? Das ist das Beste, was ich gegessen habe oder einen Schluck Wein, wo man sagt, boah, dieser Boah-Moment, das ist für mich Genuss. Das heißt, du bist doch aber wahrscheinlich auch ein sehr achtsamer Mensch, weil wenn du das in dem Moment nicht bewusst wahrnehmen würdest, dann würdest du es ja gar nicht so registrieren, dass es jetzt dieser Boah-Moment ist. Vielleicht kommt das auch mit dem Alter, keine Ahnung. Ich denke, es kommt mit dem Alter, wo man sagt, was ist denn wichtig überhaupt so im Leben? Und diese Genussmomente sind sicher wichtig, weil das bleibt, was diese ganze Konsum um des Konsumwillens, das Essen gehen um des Essen gehen Willens, finde ich jetzt nicht so. Das bleibt nicht so. Das vergisst du. Aber wenn es so ein geiler Ding, das ist es. Das ist es, ja. Das vergisst man auch nicht. Nee, 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 das stimmt. Ja, das ist, ich meine, wir können uns auch, also mein Mann und ich, wir können uns auch wirklich an Momente erinnern, wo wir irgendwo im Urlaub waren und so und man was gegessen hat und sagt, Mensch, das hat man ja noch nie so gegessen. Und man weiß dann, auch der ganze Urlaub dreht sich da fast drum herum um dieses eine Erlebnis. Wenn man das dann so aufbauen kann, sagt man, ja, du weißt doch danach, waren wir dann dort und dort und so weiter. Wir waren mal, oder ich war mal vom Frausche eingeladen zur Bootshow in Cannes. Und da durften wir das große Dämon, heißt das, ein 12-Meter-Boot fahren. Und da ich relativ gut beim Boot fahren bin, durfte ich dann auch anlegen. Und diesen Moment, wenn du anlegst an der Kaimauer und da war ein Restaurant direkt am Hafen und die Leute schauen und du liegst dann mit diesem super teuren Boot an und dann springen noch ein paar Influencerinnen von Bord. Das ist auch ein Genussmoment, aber der ist eher innerlich. Ich hoffe, deine Frau hat es in dem Moment mit der Kamera aufgenommen. Meine Frau war da nicht dabei. Deine Frau war da nicht dabei. Ach so, okay. Okay.